Ich bin Hendrik Helmut. Ich komme aus Läuten, das ist bei Cottbus. Ich bin Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer. Zu dem Beruf gekommen bin ich durch einen Kollegen. Der hat hier angefangen und der war total begeistert. Er hat mir immer so Bilder gezeigt und dachte mir, ich probiere das einfach mal. Ich habe mich beworben, bin dran gekommen und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das echt ein cooler Job ist. Ich war total begeistert, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das Fahren an sich mit den Fahrzeugen, das ist schon eine coole Sache. Das macht halt auch nicht jeder. Man hat auch Verantwortung, das ist auch eine große Sache. Ich finde, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu machen. Dass Hendrik mit einer Leistung von 99 Prozent einer der jahrgangsbesten Eisenbahner im Betriebsdienst geworden ist, ist auch kein Zufall. In seiner dreijährigen Berufsausbildung hatte der 24-Jährige die besten Ausbildungsbedingungen. Über 400 Kilometer Schienennetz, Dutzende E- und Diesel-Lokomotiven sowie knapp 1.000 Wagen boten ihm ein perfektes, praxisnahes Lernumfeld. Bei der LEAG können Kindheitsträume wahr werden. Du bist verantwortungsbewusst, bereit selbstständig zu arbeiten, engagiert und zuverlässig? Dann bist du der Richtige, um als Triebfahrzeugführer an Hendricks Seite im Lausitzer Kohlerevier zu fahren. Bewirb dich jetzt einfach online bei der LEAG. HBW. 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 HBW! Untertitelung des ZDF, 2020